Willkommen bei der ComicX 2013 mit mal wieder einem Innovationsleader hier und zwar Asus, dem G10 Desktop Tower, den man natürlich wunderbar zum Zocken und allem anderen möglichen benutzen kann, weil wir den neuesten Intel Prozessor drin haben, schöne Grafik und alles weiter. Aber was ich besonders interessant finde, ist hier das Expansion Bay, was hier nicht eine externe Festplatte hat mit zwei USB 3 Anschlüssen, sondern ein externen Akku, den kann ich kurz einfach mal rausnehmen, indem ich sie reindrücke und dann können wir sehen, hier hinten wird das Ganze per Micro USB sozusagen am Computer, nee, per diesen Anschluss am Computer angeschlossen, per Micro USB können wir das auch extern laden und das gibt über zweimal USB hier entsprechend bis zu 2,1 Ampere aus, über 5 Volt. Ansonsten wirklich sehr schickes Ding, ich glaube, das hat 5000 mAh und das wirklich Interessante bei hier ist, hier seht ihr, hier steht es auch beschrieben, kurz Power Pack und Portable Battery und zwar geht es hier dabei darum, dass ich das Ganze hier schön einstecken kann, dann leuchtet das so schön und hier ist so viel Akku Strom mit dabei, dass ich hier hinten jetzt einfach den Strom rausziehen kann, was ich natürlich machen kann. So, ihr seht, der Stromkabel ist gezogen, der Akku ist hier an und der Rechner läuft noch hier verbunden mit dem Bildschirm. Wow, natürlich eine kurze Zeit später fährt das Ganze runter, das geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man hier Strom, ja nicht nur unbedingt spart, sondern bei Stromausfall entsprechende Sicherung hat, wenn man gerade zockt oder ähnliches. Ist natürlich sehr schön, ich kann es jetzt mal wieder angesteckt und dann können wir den Rechner wieder hochfahren. Normalerweise sollte das bis zu 5 bis 10 Minuten halten, aber das ist natürlich jetzt noch hier nur eine Demo und tada, schon sind wir wieder da, hier können weiter Filme schauen und weiteres, wir haben in der Idealversion gar nicht erst gemerkt, dass wir einen Stromausfall hatten. Mein Name ist Balasch Graldas, war hier das kurze Hands-On mit dem Powerpack für das G10 von der Complex 2013. Wenn ihr euch zugeschaut habt und bitte vergesst uns nicht zu abonnieren.